Guten Tag und Willkommen zum nächsten Part von Kosaksbeg-Tour. Wir haben in der letzten Folge die Sachsen hier vernichtet. Und werden jetzt die Häuser hier ein bisschen kaputt machen. Dann haben wir erstmal von hier Ruhe. So, den auch noch. Oh, da sterben viele. Oh, sind ja unsere. Das sind ja unsere Häuschen. So, den auch noch. Was ist denn? Schicka hier. Oh. Was suchen die denn hier? Was suchen die denn hier? Aber ist doch Holz ne, aber ist egal Ist doch egal Und wo ist denn hier? Scheiße, Teile vergessen Unsere Akademie brauch ich Hier, Stifte weg, ja! Ne, da ist es doch Das nicht Ich wäre dafür, dass wir da oben rechts mal aufräumen Eigentlich kann man die alle mitschicken Mal hier die Insel aufräumen Oh, man ja nicht mehr Guck mal, wie kriegen wir so? Tschüss 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 hier oben sieht man gar nichts passt die ist engländer niederländer na gut warum er die platte die Wie geht es da hin? Was ist denn da? Oh mein Gott. Das war's. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Es ist nicht schön. Es ist cool. Es geht uns aus. Es ist nicht schön. 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 Es ist nicht schön.